Ok, hier sind wir endlich mal diesen allerechten Videoblogs und wir sehen heute am Studio, nicht die gerade das neue Single-Off anflaschen, solange gerade das klingt ungefähr so Ja, das geht ja wohl schon durch mein Lauschen, und ich gehe es wieder geschwind auf Mainz, ey. Ja, wie ihr wisst, ein Fassi-Welteser von der River, für die Super-Depal-Bision, wir stehen am Frequand, ich bin der Ufang, Karthandra, ich hoffe, dass ihr euch genau geboren könnt. Wir sind natürlich immer sehr schnell, dass ihr überall wart. und ich hoffe, ich mache es noch einen Punkt für die Konferenz mehr. Und ich vergesse, wenn ich singen, die mir sein kann, dass ich in November bin, das haben wir in den letzten Januar und es gibt noch sehr viele Konferenz dabei, und ich habe es noch einen Punkt für die Aufmerksamkeit, und ich habe es noch einen Punkt für die Konferenz, und ich habe es noch einen Punkt für die Konferenz in November. Und ich vergesse, ob ich es schon einmal, dass ich singen, gerade zu däumen bin, wenn ich es nicht alles zu tun habe, ich habe es noch einen Punkt für die Konferenz mehr, Dann werden wir noch einmal aufhören und aufhören, okay?